Und jetzt ist es wieder weiter mit... ...Track... ...Jummi! So, da mal, da mal, da mal, da mal. Macht euch doch... Oh! Nöge sie, nöge sie, nöge sie! Ja, ja, muss es immer mehr noch. Kino ist jung, haben wir noch... So, Hausdorfer und Leben. Dann schließen wir mal das Kapitel ab. Wir haben alle Sammelsinger. Was ist das? Mann Diese Frau hat ihre wiedergeboten 4. 5. 5. 6. 6. 8. 11. 12. 12. 13. 14. 14. 15. 16. 14. 14. 15. 춤 21. 21. 21. 22. 22. 22. 29. Der Wettbewerb ist tot, was sie verletzen. Du hast die Welt verletziert. Sie haben die Welt verletziert. Sie haben die Welt verletziert. Wenn ich mich daran erinnere, ... ... ... ... Was ist das? Ja, ich weiß, was du schicken. Ja, ich weiß, was du schicken. Ja, ich weiß, was du schicken, was du schicken. Ja, ich weiß, 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 was du schicken. Oh, neuer Sammler gegenseit. Okay, acht Stück gibt's hier. Es heißt, der Schöpfer Isanagi hätte seine einigen Kamen in Brand gesetzt, um die Schatten von Yomi zu erhellen. Um noch einmal das Anblick seiner guten Linie Isami zu erblicken. Im Flug ihr ledlichen Wunsch ist es nicht zu tun. Er könnte es nicht ertragen, ohne sie zu sein. So sehr ihr auch ängstet, ihn auch ängstet, was er zu sehen bekommen würde. Oh. 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 Oh, da will ich das. Da liegt was. Hm. Hm, okay. Können wir hier hoch? Aber er sieht sehr, sehr geil aus mit Schwarz-Weiß. Ja. 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 Das ist ein Wettbewerb. Ich werde so sagen. Ich werde so sagen. Was ist das? Die Sonne! Ja? Na ja, Tier. Gute, warte! Nichts. Ich würde mich für die Erinnerung des Gäste gestalten. Ich würde mich nicht für die Geschenke verletzen. Dann würde ich mir nicht verletzen. Ich werde noch nicht verletzen, dass die anderen Menschen nicht verletzen können. Oh, schnell! Alle! Ich habe mich verletzelt. Dann werden wir die anderen auch verletzen. Was ist das? Das ist ein Wettbewerb! Maden Abschuldige Kreaturen Jumi ist ein Land voller Verhältnisse und Verderben Ein Land der Maden Als Isanogie Gegen ihm schrecklicher Wunsch Das Anblick der Toten Isakami zu entblicken Er goss sich Diese widerlichen Gewürmer Aus ihren gebrochenen Fleisches Entsetzt von ihm Was aus der edlichen Schönheit der Liebe geworden war Liebe davon So, ich hole mal Kabel Mal gucken, ob das geht Also ich habe Ein USB-C Am Strom Nicht an der Pansole, sondern am Strom Mal gucken, ob das geht Okay, also er sieht sehr gut aus Dass es geladen wird Das ist nochmal weh, ein bisschen doof Ähm Ich lasse Kontrollen, die zu lange laufen Okay, also dass wir Das war's für heute. Was ist das? Oh, neuer Sammligengestand. Ibekasugra-Trauben, wo das Sonder darüber, dass die Gemahl von sein Wort gebrochen hat und vor ihr aus, was davon gelaufen war, beschwör Isanami Yusumotusikomo die furchtbare Hexe von Yomi, um Isanatskis Fluch zu verhindern. Isarangi warf seinen Kopfschmuck ab, der sich zugleich im funkelnden Traum verwandelte, obwohl die Tiko Mui stehen bleibt. Um sie hinterherzuschlingen, gießt das ihr Mördische Jagd nicht lange auf. Oh, hier ist noch was. Okay, einmal das und einmal das. Und einmal das. Das. Und das. Und das. Ich werde das nicht mehr tun. Es ist blöd, dass es nochmal übel schwer war, quasi die Schwierigkeit. Es ist blöd, dass sich die Schwierigkeit und die Schwierigkeit verletzten. Das war's. Na, na na, na! Ne, 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 ne… Ne! Nichts zum Sammeln? Donnertrommeln. Es fünkt über Isanisferat Ebar Isanami in Donnergeistreihen aus ihrem eigenen Fleisch und sandte es so entstandenen Kind ihr fliehenden Mal hinterher. Mit Donnerkleiden kündigt Riha seine tödliche Ankunft an. Und so kommt es, dass Yomi nicht nur ein Ort der Verlust, sondern auch des Zornes ist. Hier ist nur das. Okay, dann können wir jetzt zurückgehen. Wunderschöne Dostei 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 Ah! Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Imi ariki moji. What? Imi. 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 What? Imi. 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 Geh das doch, Nihil! Merde! Valiant, ich bin der Laufsiak! Oh, meine Sonne gestalt. Totsuka no Toshirogi Mit seiner heiligen Rutsuka Klinge stellte Isangi sich tapfer der gassige Sikome entgegen, die ihn durch das Land der Dunkelheit verfolgt. Dies hier ist jedoch ohne Zweifel nur das verlorene Schwert eines gewöhnlichen Toten, für immer verloren in Tomis Verderbens. So, aber ich würde sagen, dass wir Ende des Tages und auch hier, ich bedanke mich, wünsche euch einen schönen Tag. Und jetzt weiter. Also, bis zum Morgen. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.